Günter Hans Lamprecht, deutscher Schauspieler, der in Theater, Film und Fernsehen viele komplexe Charakterrollen spielte, starb am 4. Oktober 2022 im Alter von 92 Jahren im Bonner Stadtbezirk Bad Goddesberg. Der deutsche Fußballspieler und Trainer, Hans-Jürgen Sundermann, er starb am 4. Oktober 2022 im Alter von 82 Jahren in Leonberg. Deutsche Politikerin, Barbara Stamm, stellvertretender Vorsitzender, Präsidiumsmitglied und Parteivorstand der CSU von 1993 bis 2017 starb am 5. Oktober 2022 nach langer Krankheit im Alter von 77 Jahren in Würzburg. Der deutsche Drehbuchautor, Regisseur und Autor, Wolfgang Kohlhause, der als, einer der bedeutendsten Drehbuchautoren der deutschen Filmgeschichte, galt, ist am 5. Oktober 2022 im Alter von 91 Jahren gestorben. Deutsch-Kanadische Schriftstellerin, Dichterin und Pädagogin, Margaret Anderson, ist am 5. Oktober 2022 im Alter von 97 Jahren verstorben. Deutsche Journalistin, Schriftstellerin und Kulturaktivistin, Ursula Abels, ist am 6. Oktober 2022 im Alter von 93 Jahren verstorben. Der deutsche Fußballspieler und Trainer, Horst Hülz, starb am 7. Oktober 2022 in Mainz. Vielen Dank fürs Zuschauen, wenn dir dieses Video gefallen hat, klicke auf den Abonnieren-Button.